Herzlich willkommen bei der SS&Partner G. Mein Name ist Miroslav Stevic, Agenturleiter der GR Aschach. Es freut mich heute, ein Interview zu führen mit dem erfolgreichsten Mitarbeiter bei uns. Bleibt dran, es wird spannend. Herzlich willkommen, lieber Anko, beim heutigen Interview Face-to-Face, damit wir alle gemeinsam einen Einblick in deinem Alltag bekommen. Ranco, was hat dich bewegt als Finanzcoach bei der SS&Partner G zu starten? Mich hat immer glücklich gemacht, Kunden zu betreuen, Menschenkontakte, Kunden weiterzubringen und ich durfte SS&Partner durch dich kennenlernen. Damals war ich in einer anderen Firma tätig und dort haben wir uns kennengelernt und so sind wir jetzt in Kontakt geblieben. Da hast du gesagt, ich soll mal einen Einblick haben in das Unternehmen. Dank dir bin ich jetzt hier in der SS&Partner und durfte wirklich eine sehr schöne Plattform finden, eine gute Plattform mit ganz gutem System, wo ich wirklich auch meine Kunden oder die neuen Kunden, die ich kennenlernen darf, ganz gut bedienen und auch sie zu ihren Zielen und Wünschen und Träumen zu verhelfen. Wunderbar. Herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung. Wie sieht so dein Alltag aus als Finanzcoach bei der SS&Partner G? Der Alltag ist sehr unterschiedlich. Das macht das Arbeiten sehr abwechslungsreich und auch bunt. Das macht mir immer Freude, dass es nicht monoton ist, weil jeder Kunde ist ein anderer Mensch, andere Wünsche, andere Ziele, andere Träume, aber auch andere Hintergrundbilder, familiäre, wirtschaftliche. Und jeder Kunde, jedes Beratungsgespräch ist anders. Es fängt schon mal an mit dem Telefonkontakt zum Kunden, terminieren von verschiedenen Leads oder Callcenter-Terminen, die wir bekommen, oder eigene Kunden, die wir mit der Zeit kennenlernen dürfen. Und dann auch wunderbare Analysen dürfen mit den Kunden durchführen, eine gesamte Analysen von einer ganzheitlichen Beratung. Und durch das auch den Mehrwert dürfen den Kunden zeigen. Und aus diesem Analysetermin gibt es dann nachher ein Beratungsgespräch, einen zweiten Kontakt mit dem Kunden und dann natürlich auch die langfristige Betreuung, Beratung, und wir dann in Serviceterminen umwandeln, um den Kunden auch langfristig zu betreuen und zu begleiten. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wo der Kunde heute ist und wo der Kunde in fünf Jahren, in zehn Jahren sein wird. Und auch seine Wünsche und Ziele dürfen mitkreieren und ihnen helfen, dass sie an das Ziel herkommen. Sehr schön. Spannender und dynamischer Alltag würde ich sagen, oder? Branko, wir gehen jetzt fast ein Jahr schon, seit wir den Weg eingeschlagen haben gemeinsam. Erzähl mal ein bisschen mehr über die SSM Partner AG. Die SSM Partner AG in meiner Augen ist ein sehr junges, dynamisches Unternehmen mit sehr grossem Wachstumspotenzial. in einem sehr spannenden Markt, in einer spannenden Wirtschaft, in der wir uns bewegen und mit sehr guten Ausbildungsmöglichkeiten. Das heisst, jeder Mitarbeiter, der kommt, egal wie alt er ist und was für einen Hintergrund, Ausbildungsintergrund er hat, für jeden gibt es eine Karrieremöglichkeit, eine Aufstiegsmöglichkeit. Wir haben ein sehr massgeschneidertes Ausbildungskonzept, das wir bieten mit verschiedenen Diplomabschlüssen. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass man sich sehr gut weiterentwickeln kann, weiterbilden. Und man kann verschiedene Schienen erfahren, das heisst, als Berater, die Beraterschiene oder auch in die Führung gehen, Teamaufbau machen kann. Es ist sehr, sehr interessant, dass die SSM sich so entwickelt hat, mit zwölf Agenturen schweizweit, mit fast über 250 Mitarbeitern, mit über 150'000 Kunden. Das zeigt ein sehr starkes und gesundes Wachstumspotenzial, das dieses Unternehmen hat. Was ich auch interessant finde bei der SSM, wir sind für die Kunden wie ein Lüchtturm in der Mehrheit der Finanzen, wo die Kunden an den sicheren Hafen führen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, das ganze Modell der SSM. Weshalb sollte sich heute bei der SSM Partner bewerben? Also ich finde, das Unternehmen ermöglicht einem ein sehr gutes Work-Life-Balance-Leben von einem flexiblen Zeitmanagement. Das finde ich sehr, sehr interessant. Auch in anderen Branchen habe ich noch nicht kennengelernt. Wie ich es dort dann kennenlernen durfte. Dann die ganze Entwicklung, ich rede auch persönliche Entwicklung. Als Mensch entwickelt man sich sehr vom Charakter her und die ganze Umgangsformen mit den Mitarbeitern, auch mit den Vorgesetzten, auch gegenüber den Kunden, die auch viele Fähigkeiten dort erweitern. Aber auch die ganze schulische Perspektive, Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir haben eine sehr gute Plattform, was die schulischen Möglichkeiten anbelangt. Unsere Academy von der SSM, wo wir uns wirklich weiterbilden können. Mit Diplomabschliessen bis zum eidgenössischen Finanzplaner. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten nachhause. Auch personell, dass man auch viel in die Führung geht, dass man Mitarbeiter dort führen. Also sehr, sehr interessant. Auch das ganze Entlehnungsmodell, das die SSM anbietet. Sehr interessant. Sehr schön. Wo siehst du dich in ein paar Jahren, wenn du unseren Karriereplan betrachtest? Also ich habe jetzt geschenkt, die IAF-Ausbildung zu machen. Ich habe ja die VBV-Ausbildung schon gemacht. Jetzt bin ich gerade an der IAF und wenn die Kapazität erreicht, würde ich gerne noch den Finanzplaner anhängen. Ich darf wirklich fachmännisch auch für meine Kunden weiterentwickeln. Aber auch in die Führung gehen, wenn es Möglichkeiten gibt, irgendwann ein paar Jahre auch ein kleines Team zu betreuen. Und auch mein Fachwissen ihnen weiterzugeben, wo sie ihren Kunden auch die Qualität bieten dürfen und das Fachwissen. Lieber Anko, was machst du so besonders gut, damit du einen grossen Beitrag zum Erfolg leisten? Der Job, den ich mache, die Arbeit, mache ich mit grosser Liebe. Wie der Spruch auch heisst, du wählst einen Beruf, eine Arbeit, den du liebst, dann wirst du nie mehr einen Tag arbeiten müssen. Und nach dem lebe ich, ich liebe den Beruf, ich liebe das, was ich mache. Und ich liebe auch meine Kunden, die ich wirklich auch von ganzem Herzen beraten und betreue. Wo wirklich der Kunde im Vordergrund ist, nicht das Verdienst oder irgendetwas, sondern wirklich den Kunden weiterzubringen. Und das merken sie und ich empfehle mich dementsprechend auch so weiterempfehlen. Und ich bin wirklich für die Kunden, es ist nicht übertrieben, 8x oder 24x7 für sie da. Manche läuten mir auch am Abend an oder am Wochenende oder schätzen sie sehr an mir. Und das möchte ich auch weiterhin leben, von ganzem Herzen. Für die Kunden hier zu sein, mit ihren Anliegen und ihren Problemen, die sie haben, ein offenes Ort zu haben. Gibt es noch etwas, was dir abschliessend ans Herzen liegt, was wir alle erfahren sollten, Ranko? Ich habe grosse Freude, ich darf weiterhin für dieses Unternehmen tätig sein. Ich bedanke mich an der Geschäftsleitung für die Möglichkeit. Ich darf hier überhaupt an die ILC, auch bei dir natürlich, dass du mich aufmerksam gemacht hast auf das Unternehmen und mich auch begleiten tust in allem, was ich brauche. Und natürlich auch an das Team Rorschach, die ganze Agentur. Ich habe grosse Freude, einen Teil dort zu sein, mit einem wunderbaren Backoffice im Hintergrund. Ich habe mich gefreut, dass alles so gut funktioniert und wir wie ein Team, wie ein Fussballteam. Jeder mit seiner Funktion, jeder mit seinen Talenten und Gaben, die er hat. Und funktionieren wir als wunderbares gesamtes Team und ich habe eine Freude, einen Teil zu sein von dem. Sollten allenfalls noch offene Fragen oder gewisse Anregungen entstanden, stehe ich jederzeit zur Verfügung und würde mich gerne kennenlernen, um diesen tiefgründigen Einblick in die SSM Partner zu geben und die Möglichkeit, die wir als innovativen Unternehmen jedermann anbieten können. Weil jeder hat die Chance verdient, seine Wünschträume, die Ziel zu erfüllen. Und für das stehen wir und leben wir, um wirklich die Menschen auf den Weg zu begleiten zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald! Vielen Dank!